So, es geht wieder weiter mit einem Ladebildschirm und Let's Play Shadow Warbbyer. Und ich höre da hinten irgendwas. Flammenwerfer! Frag dich. Flammenwerfer! Danke. Hey, spring hier nicht sehr rum. Das ist cool. Ich mag die Waffe. Was gibt es da eigentlich für Upgrades? Flammenwerfer. Granatenwerfer. Okay, Brandgranaten mit rechter Maustaste für 4.000. Mehr Flammenöl. 30 Prozent. Schaden und Panikwahrscheinlichkeit um 20 Prozent erhöht. Ich glaube, das hole ich mir als erstes. Aber leider habe ich für nichts Geld. Der Flammenwerfer müsste, glaube ich, ausgehen, wenn ich ihn ins Wasser halte. Ich weiß nicht, wie das mit Flammenwerfern ist. Huch, Licht. Huch, Licht. Die haben irgendwas geredet. Irgendwo. Das Gebiet ist groß. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich kann da sterben. Oh, da sind sie. Okay, ich kann doch nicht sterben. Hallo. Aufgebeten der Flammenwerfer. Ich bin der Flammenwerfer. Alright, ich bin der Flammenwerfer. Er hat gesagt, dass wenn du dein Job gemacht hast, nichts davon hätte passieren können. Mizayaki hatte seine eigene Armee. Exklusen sind unbekommen, Liebe. Die Grundlage ist, dass du den Nobitsurakage getrennt hast, und wie wir, du schiefst. Du hast eine schwierige Definition von schiefst. Er hat es? Curiöser und Curiöser. Wenn du zwei fertig bist, wir sollten wahrscheinlich nicht schiefst deine Mission. Okay, wir nehmen die hohe Grund und helfen dir nach dem Manticore. Externe Kommunikation sind unbekommen, aber das sollte in dem Perimeter funktionieren. Bestes, was du? Oh, schau, du hast eine Sache richtig. Don't be sarcastisch, mein Lieber. Ich mag dich besser, wenn du dich unbekommen bist, als du dich unbekommen bist. Ich sagte dir, er war ein Problem. Du hast es gemacht, mein Lieber. Du hast es gemacht. Sie sind unsympathisch. Und jetzt glaube ich, es kommen Gegner. Das heißt, Flammenwerfer. Flammenwerfer. Hey, du bist nicht in Panik. Panik. Okay, du bist in Panik. Der soll explodieren. Danke. Danke. Das ist so schön, mit dem kann ich so reinstreuen. Tot. Kann ich jetzt hier runter? Nein. War ich nicht schon bei Doc Nummer 5? Wo ich hier irgendwo lang gegangen bin. Da, um genau zu sein. Komme ich jetzt noch weg? Okay. Ich glaube nicht. Ich weiß mal wieder nicht, wo ich lang muss. Da geht's nicht lang. Ich könnte mich mal heilen. Wo geht's hier lang? Aua. Aua. Okay. Warum lade ich nach jedem Schuss nach? Zilla will das Ding. Enra will das Ding. Die Spie ist, wahrscheinlich, die Hütte. Ich war mit der Spie, bevor. Es war cool. Du sollst nach Portland gehen und eine Band starten. Pssst. Hiiii. Getroffen. Glaube ich. Ja, getroffen. Oh, man kann mit der Schneck... Well, was? Oh, hier geht's nach unten. Das hätte man mir früher sagen können. Dann hätte ich das hier nicht gemacht. Hier sind Explosionsviecher. Aua. Da. Oh Mist. Okay. 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 Es ist so schön, dass sie alle zu mir fallen, aber ich will nicht, dass sie bei mir sind. Oh, der hat ein paar Bolzen in sich. Und hier ist es so verdammt dunkel. Warum? Das sieht sehr falsch aus. Tot. Ah. Uh. Das wird so nichts. Aber ich mach's trotzdem. Einfach, weil's geht. Uh. Das war... Hey. Nicht ausweichen. Ich laufe immer gegen irgendwas. Und warum hab ich grad nachgeladen? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mein Magazin leer war, aber es war noch halb voll. Tot. Was? Ups. Ich habe... Viereinhalb Sterne dafür bekommen. Für den Mist. Quatsch. Hier Fähigkeiten. Mehr Munition. Mehr Geld. Ich will mehr Geld. Und das da. Und... Das hier sieht aus, als würde es mich töten. Aber es tat ich nicht. Wo geht's weiter? Und diese Frauen sind ziemlich leise. Ich hab sie zumindest kaum verstanden. Aber sonderlich viel will ich die Stimmen auch nicht lauter machen, weil sie dann so herumschreien. Und da ist ein Bolzen von mir. Jetzt ist da noch einer. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Okay. Das ist irgendwie eigenartig. Ähm. Jo. Das ist ein Aufzug. Hier ist es so dunkel. Ich seh nichts. Das ging schnell. Dieses Level. Gefundene Geheimnisse. 4 von 6. Das ist schön. Die Folge ist nur 12 Minuten lang. Aber dann beginne ich in der nächsten einfach, weil die letzte so lang war, schon die nächste Folge. Hä? Nächste Folge, nächstes Kapitel. So rum. Bis zum nächsten Mal.